Okay, da sind wir wieder zurück mit Ransom, dem echt beschissenen Clown. Ähm, schau ich mir nochmal die To-Do-Liste an, um mein verficktes Witzbuch zurück. Okay, ich hab... Wie viel Geld hab ich denn momentan? Und wo kann ich mich fertig machen lassen? Naja, egal. Wie viel Geld hab ich denn momentan? Ah, schaue. Ach, shit. Da brauch ich noch ein bisschen Geld. Äh, 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 Blondie, bleib mal hier. Ach, das ist... Das ist das, was ich mache. Puh! So. Lots of prizes. You got my money, Ransom the Asswipe Clown? I have your f***ing money. A thousand bucks. Oh, so you decided to pay up? Yeah, here's your money. Now where's my junk bug? Ah, wait, are you messing with me? That's only a thousand dollars and you owe me 1138, included the interest. Ach, komm schon. Yeah, I thought you'd settle for less. Yeah, beggars can't be f***ing choosers. Oh yeah? Well, I choose to hang on to your joke book, till I gets the full 1138 bucks. Now beggar off. Fuck. Yeah, shoot the pussycat. Okay. Das machen wir anders. Mal schauen. Ja, 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 das hat man, ja. Ja, ja, das hat man, ja. Da geht's aber auch nicht mehr weiter. Geh jetzt zum verdammten Make-up. Nutze das Make-up. Now there's the face I love. Hm. Ah. Das Fluchglas. That doesn't seem to work. Meme. Just take the big bucks. It's exactly 1138. Ja, wunderbar. Genau das, was ich brauche. Okay. 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 Ja, natürlich habe ich deine Kohle. Du Lappen. Ich habe dein verdammt Geld. 1000 Euro plus Interesse. Oh, also du hast entschieden, zu bezahlen. Ja, well, nicht viel Wahl. Jetzt, wo ist mein Schalbuck? Hier, die Schalbauten sind alle. Ja, ja, ja. Wie sollst du so faszinierend mit Schalbauten wie diese? Ja? Ja, was du weißt, was lustig zu sein ist? Ah, so viel wie du machst. Was ist nichts. Na, schau mal, Clownie. Du schaust die Kunden. Viele Überraschungen. Ich kann nicht durch die Hauptentritte gehen, wie ein Tuna-Header. Auf, auf. Hallo, faszinierend. Ich bin Ransom, der faszinierende Kloon. Ich hoffe, dass niemand die Gefühle erhebte leicht. Und wenn du so, es ist dein eigenes Faszinier für nicht zu sein, dass du ein Tuna-Header machen kannst. Oh. Ihr habt das Faszinierende Kloon-Header. Es ist das blamste Klamm-Header der Stadt, die eine Stadt hat. Paris hat die Eiffel-Tower. New York hat die Statue von Liberty. Und Thimbleweed Park hat eine F***-Pillow-Factory. Ja. Ihr better hope, um Gott, dass Feather-Pillows never go out of style. Hm. Was ist das Problem mit all diesen Tron-Machines? Das sind ein paar gute Prioritäten. Ja, du kannst nicht die Cancer-Kanzer oder die blinden sehen. Aber, at least you don't have to wipe your own asses, thanks to the Toiletron 3000. Hey, you, lady with a huge nose. I say lady, but your beak suggests you're a f***-toucan. You shouldn't have bought tickets for the show tonight, toots. You should be saving your money for a f***-toucan rhino-plasty. Um. Hey, you, ugly old lady with a hairy mole. Or is it your parasitic twin? Whatever it is, I hope you bought a separate ticket. Because if it's big enough to ride the f***-toucan rollercoaster by itself, it's not freeloading in my audience. Uh-oh. Warumst du... You will be forever sorry for what you've just said. I curse you to never be able to remove your makeup and to roam these circus grounds until the end of time. He went on for another two hours, insulting everyone he could. Some people laughed because they thought it was funny. But most laughed because they were uncomfortable. And laughing is the best way to hide from the embarrassment of others. But after the show, in his dressing room, there wasn't going to be any laughter. Ha! I killed tonight! One of my best shows ever! I hope that ugly old lady with a curse breaks a hip on the way home. Now to get this makeup off, hop on my private jet and go see my mistress Cindy in Aspen. Yeah. Und er krieg das Zeug nicht ab. What the f***? This f***ing makeup isn't coming off! F*** the f***! Yeah, old lady! You up, you f***ing! Come on! As much as he tried, his makeup wouldn't come off. That old lady wasn't just any old lady. She was Madame Morena, mistress of the dark arts. Oh! She curses you as not an empty threat. Something Ransom was just now finding out. Schwarze Magie! Oh, der rastet voll aus. Was nun? Ransom, I've got some bad news. What do you want, you bald, greedy little f***? Can't you see, I'm having a problem? Grab a tissue and some rubbing alcohol and help me, you... Your private jet crashed while trying to land. Your wife found out about your mistress and she's taking everything you own except the house in Aspen. There was a fire in Aspen and your house burned to the ground. The Toyindoll licensing deal is dead and they're suing you for breach. And one more thing. I quit. What? Oh, das ging aber schnell, Bachmutter. And that's why Ransom the Clown is such a creep. And you should go arrest him for murder. Okay, Dave, wie sieht's denn mit dir aus? Ah, Dave kenne ich schon. Ich gehe zum Hotdog. Ich nehme mal einen Hotdog. Hm, ich werde einen dieser Hotdog haben. Good choice, honey. Wir versuchen, ihn rauszuholen. Lass mich das für dich holen. Machen Sie, hon, während es noch kalt ist. Oh, oh. Okay. Das ist der schlimmste Hotdog, den ich ever eaten habe. Ich, ähm... Oh, oh. Ich muss gehen. Ach, du Scheiße. Ich fühle mich jetzt besser. Ach, du Kacke. Den ging's richtig schlecht. Geh zu... Da will ich nochmal hin zurück. Wow. What? Okay. Ähm. Er ist tot. Was ist jetzt? Hm. Stopp. Mitnehmen. Hab ich doch tatsächlich was übersehen. Okay, gehe ich... Geh ich mal in die Gasse. Definitiv Reyes' Notebook. Temptend. Aber nein. Ich werde mich nicht verbraten. Hm. Es ist eine leise Box. Bein wunderschön. Ich öffne nicht diese wunderschöne Treppe. Ich kann es nicht öffnen. Du kannst das nicht öffnen, du willst mich doch wohl verscheißern. Es ist geöffnet. Ich will das nicht auszuprobieren. ThimbleCon 87. Es ist später in der Nacht am Hotel öffnet. Definitiv Reyes... Definitiv Reyeses Notebook. Ja, okay, das kann ich wirklich überhaupt nicht verwenden. Dann gehen wir mal aus dem Bezirk. Oh. Oh. Hallo, Reno. Yes, sir. Yes, sir. It is quite annoying. No, sir. Yes, sir. They have been taken care of. Yes, sir. Permanently. Oh, yes, sir. Violently. No, sir. Yes, sir. Ja, das Wettbewerb war heute ziemlich gut heute Nacht. Auf Wiedersehen, Herr. Ich kann das nicht öffnen. Vielleicht ist da irgendwo ein Lichtschweig. Den Lichtschalter. Oh. Für eine gute Zeit. Aetna 3444. Okay. Was hätten wir denn hier oben? Was ist das überhaupt da oben? Ich sehe da rotes Leuchten. Was ist das? Was ist das hier? Sieht aus wie eine wirklich große Tübe. Oh. Sie sind alle abwendet. Sie ist fest. Sie sind alle abhängig. 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 Ach komm schon. Sie öffnen. Sie öffnen uns. Ah. Leonard, wie geht's dir? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Ich bin Special Agent Ray. Ah. Ich behalte nicht, wenn das, was du denkst. Was wissen Sie denn über die Leiche am Fluss? Ah ja. Ah, so ein Creep ist das also. Okay. Haben Sie verdächtige Aktivitäten in der Stadt gesehen? Haben Sie jemanden in der Stadt gesehen? Was sind Sie? Was sind Sie? Wie hat Willy, die Stadt, kam aus? Aha. Wie ist es? Wann? Wie hat Willy, die Stadt, einen Blumen zu schützen? Wann? 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 Das klingt interessant. Woher hatte er das Geld? Hat er das vielleicht von dem Toten? Aha! So, was ist dein Geld, Leonard? Duuuuude, wie du mein Name wissen? Are du, wie, telepathisch oder was? Nein, du hast mir nur dein Name, und es ist auch auf dein Name-Tag. Hm. Du magst dein Job hier bei der Quickie Pal? Heck ja! Ich habe ein sehr süßes Geld hier, mit free Coffee und Minimum Wage. Plus, I don't get many customers on the late-shift, so I get plenty of time to think. Das ist schön. Viel Zeit zum Nachdenken. You said you get a lot of time to think. I'm like an abstract thinker, way ahead of the curve, man. My mom says I should be more like my cousin Bernard, who got a scholarship to MIT. But why be like that, Dweeb, when I could be like Chuck Edmund? Äh, ja komm, erzähl ihm mal ein bisschen was von Chuck. Tell me about Chuck. He's my freaking hero, man! Dude, never went to college. Just started building his machines when he was a kid. That guy made this town rich, just by doing what he loved. Ah, ja. You seem to really admire Chuck. That's why I dropped out of high school. I don't want to live my life for the man, like some peon in a polyester cage. No offense. Offense taken. Oh, oh, oh. What do you think about the state of the town? Just ignore the losers, who say this town is over. I mean, pff, not even. We got everything, a person could ever need here in the Quickie Pal for one. Okay, komm, Überwachungsvideos, ja. I need you to hand over the security tape. Oh, no can do, broski. We only have one Betamax tape here at the Quickie Pal. And the boss man would freak if I gave it away. If I lose it, my ass is grass. Oh, man. Why do you have a Betamax player? We have one sweet, cutten-edge Betamax player here. We don't want to be stuck with a piece of obsolete technology, when VHS bites the big one. You have to invest in the superior tech, dude. I'm going to look around your store. What was that was then? Was that the right here? Okay, then I'll show you what I'm gonna do. There aren't any maps left. Sorry, little dudette. The sheriff came by a bit ago and nabbed all the maps. Did the what? Wofür? Something about immature dominion or something like that. Hä? Ah, nee, das war die... I don't have an extra finger, though. Das war die fleischfressende Pflanze. If I had something to mail, this might work. Ich gehe zu den Grußkarten. Let me know, if I can help you find anything. Hm. How about that sunset? Hmm, I haven't seen Ray's for a while. Wonder what happened to him. Need an I'm sorry card? We have a great selection. How can I help you? Uh, I'm not holding if that's what you're thinking. I'm going to look around your store. Hmm. It's a video camera. Bärenabwehr-Spray? It's called Levo's Bear Repellent. When you have this, you don't need to bear arms. I'm here to serve. Take it. It was a sample from a traveling animal repellent salesman. But I doubt if it actually works. I wouldn't want to find out. Okay. Better leave it be. Hm. Kann ich mal eine Grußkarte nehmen? I'm here to serve. It's in. I'm sorry for forgetting your birthday card. I don't believe in birthdays. Don't need the card. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall etwas. Want to buy a fine leather jacket? Nein. Kein Interesse. Okay. So. Warte mal. Bären-Spray. Wofür könnte ich so eine Art Bären-Spray gebrauchen? Das ist noch kaputt. Geh ich doch hier einfach mal weiter. Dem Sonnenuntergang entgegen? Hm. Wahrscheinlich kommen wir jetzt gleich zu der kaputten... Oder... Ah. Hier zum Aussichtspunkt. Ah. Da hätten wir den Zirkus. Da... Ich weiß nicht, was das sein soll. Und ich weiß auch nicht, was das da drüben sein soll. Hier zur Stadt. Nein. 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 Nicht zur Stadt. Ist das hier vielleicht die... Nee, das da drüben ist, die verlassene Fabrik. Alter, was machst du hier? Ich bin ein FEDeral agent. Ich kann sich selbst ausfüllen. Und ein Darn-fine agent, ich bin sicher. Aber wir haben die Verpflichtung hierher, und jeder braucht eine Offizierung. Eine Offizierung? Oh, eine offizielle Karte. Du hast alle Karten gekauft. Und wo würde ich diese offizielle Karte finden? Well, die Karte ist Plummerino aus ihnen. Ich glaube, das messet wirklich deine Anfassungen. Ich bin sicher, dass ein Offizierer das verstehen wird, Arino? Ich habe das Fall als unschuldig gemacht. Halt die Fresse, ich weiß ganz genau, dass du gegen uns arbeitest. Äh... Nein, niemals. Äh... Ja, du bist richtig. Ich gehe zurück in die Stadt und finde eine Karte. Oh, Donuts klingt gut. Wohohoho, da, kleine Agent Arino. Ach, verdammt. Okay. Okay, dann müssen wir wieder zurück und uns die Stadtkarte versorgen. Ich bin gerade am überlegen, wo könnten wir hier eine Stadtkarte kriegen. Ich könnte natürlich auch das Bärenabwehrspray auf ihn verwenden. Boah, das wäre natürlich... Das wäre lustig. Naja. Oh, Abflussrohr. Oh, öffnen. Willkommen zu Quickie, Pal. Kann ich dir helfen, dass ich irgendwas finden kann? Es gibt keine Karten. Der Sheriff kam ein bisschen vor und hat alle Karten geklappt. Ich hätte da vielleicht eine Idee. Wir gehen wieder zurück zum Sheriff. Beziehungsweise zu seinem... Büro. Und, äh, dann schauen wir mal. Das ist hier vielleicht noch irgendwo was. Betrachte das Toilettenschild. Ach, das große da unten ist wahrscheinlich das Hotel. Hm. Vielleicht in der Gasse? Nee, hier war ja auch nichts. Hm. Closed forever, sorry. Ja, ja, ja. Leck verursachen, wirklich. Ja, das ist nicht hier. I'd really like to explore. A Street. Streets closed until we fix this leak. Mhm. Can I do anything to help? Well, the Hydrotron tube is obviously burned out. We could use a new one. A WC67? Yeah, we're out of that size. Must have been the signals. Yes, the signals. Was ist nur falsch mit denen? I'd better leave them, not that I care. But I'm starting to get a bit worried about Reyes. Ja, wo ist der Kerl eigentlich? Beziehungsweise, wir wissen ja, dass er mitgenommen wurde. Okay, gehen wir mal zum Sheriff. So, eine Karte. Schubladen haben wir ja schon durchsucht. I don't want to pick that up. Hm. Jetzt im Radio. Restotron. Also hier ist keine Karte. Vielleicht hier unten. Ah, wir haben hier noch gar nicht in den Schubladen nachgeguckt. Leer? Ebenfalls leer. Ah, ein Fingerabdruckset. Der Pathologe. Ah, you scare a Reno'd me. I mean, scare a Ho'd me. Whatever. What the fuck? I have no idea. It comes through the plumbing. Okay, back to sleep a ho. Äh. Kann ich mit ihm reden? Nein. Gibt gar nicht. Hier zum Bücherregal. Da könnte vielleicht eine Karte drin sein. Lots of medical books there. I don't want to pick that up. I don't want to pick that up. I don't want to pick that up. Okay, das kommt durch den Abfluss, meinte er. Hm. I don't know how to use it. Warten wir mal die Urkunde hier an. Awarded to Dr. Mort E. Shun. By Sheriff Crook. Ah ja, er hat sich selber... ...Urkunde gegeben. Super. Ja. Ähm. Hm. Aber das hier nirgends für eine Karte ist. Mysteriös. Gut. Ähm. Dann schauen wir mal in der nächsten Folge weiter. ... Vielen Dank.